Wenn es um Munition im Boden geht, darf es keine Kompromisse geben und man sollte unbedingt einen erfahrenen Experten wie die Firma Munitionsbergung Bartosch kontaktieren. Das in Hohenau an der Mach ansässige Unternehmen ist einer der führenden Betriebe in Mitteleuropa, wenn es darum geht, Kampfmittel und Kriegsrelikte zu orten. Ausgerüstet mit modernstem technischem Equipment, sondiert das hervorragend ausgebildete Team um Firmenchef Peter Bartosch das infrage kommende Gelände. Im Anschluss daran kümmert man sich mit gegebener Vorsicht um das gefundene Material. Doch nicht nur Munitionsbergungen werden perfekt erledigt. Auch auf den Gebieten der Deponie und Kabelortung sowie bei archäologischen Prospektionen weiß man immer, worauf es ankommt. Zahlreiche Baufirmen und öffentliche Einrichtungen vertrauen auf den sich stets seiner Verantwortung bewussten Betrieb. Munitionsbergung Bartosch – zuverlässig, flexibel und rasch zur Stelle. Musik 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 Vielen Dank.